Diese Geschichte hat weltweit Aufmerksamkeit erregt und der Grund dafür ist wirklich erstaunlich. Bevor wir fortfahren, abonniere und aktiviere die Benachrichtigungen, um kein neues Video hier auf dem Kanal zu verpassen. Analia, eine 30-jährige Frau, suchte die Notaufnahme des Parando-Krankenhauses in der Stadt Scharkow auf, als sie im sechsten Monat schwanger war. Sie freute sich darauf, ihre fünfte Tochter, die sie Maria Luz nannten, zu treffen. Schließlich verlief die Geburt auf natürliche Weise, trotz der Empfehlung für einen Kaiserschnitt aufgrund der tiefsitzenden Plazenta, die teilweise den Ausgang aus der Gebärmutter blockierte. Jedoch wurde die Situation von Anfang an falsch eingeschätzt. Analia wurde mehrmals untersucht, auch nachdem sie die Notwendigkeit betont hatte, ihre medizinische Geschichte zu berücksichtigen. Leider riss die Plazenta, und fast zwei Stunden nach der Geburt von Luz betrat eine Krankenschwester Annas Zimmer, um den Tod des Babys zu melden. Analia war geschockt, und Maria Luz wurde für tot erklärt, nachdem sie mehr als zehn Stunden im Kühlraum der Leichenhalle gelegen hatte. Gegen zehn Uhr abends beschloss Analia, sich von ihrer Tochter zu verabschieden, und ging zur Leichenhalle. Begleitet von ihrem Ehemann, Bruder und Schwägerin öffneten sie die Leichenhalle und stellten den Sarg auf den Tisch. Trotz der Bitte ihres Mannes, nicht hinzusehen, wollte Analia sich verabschieden. Und dann geschah etwas Unglaubliches, als sie ihre Tochter umarmte, fing das Mädchen an zu weinen. Luz war lebendig und schockierte alle um sie herum. Angesichts dieser unerwarteten Wendung beschlossen das Paar, eine Zivilklage wegen des moralischen und materiellen Schadens aufgrund der Fahrlässigkeit der beteiligten medizinischen Fachleute einzureichen, einschließlich der beiden verantwortlichen Ärzte. Die Anwältin der Familie enthüllte, dass sie eine Entschädigung in Höhe von 15,2 Millionen Pesos fordern, etwa eine Million Ries. Trotz der Konsequenzen, mit denen Luz aufgrund des Geschehen konfrontiert war, behauptet ihre Mutter, dass sie ein glückliches Leben im Rahmen ihrer Möglichkeiten führt. Nun möchten wir ihre Meinung zu dieser Geschichte erfahren. Teilen sie sie mit ihren Freunden und bis zum nächsten Video.